Wie schade mit den zwei Duos, ey. Wo sind die? Die sollen noch mal kommen, ey. Tja... Erstmal Arsring. Weiß nicht, ob die sich noch das Sage-Pad erst mal holen? Ja. Ich meine, er hat es ja nicht mal rausgeholt, ne? Ja, nicht mal das hat er sich aufgebacken. Aber das ist halt dann auch das, weil ich ja auf ihm war, hatte er eher so viel Pressure. Ist doch geil. Naja, aber die Leute checken es dann halt nicht, wenn die unter Pressure sind, das meine ich so. Hätte ich jetzt dann irgendwie auf den Clery gegangen, wäre es vielleicht was anderes gewesen, in der Zeit, wo ich dann laufe oder so. Dann hätte er da vielleicht Ruhe gehabt und was draus. Aber so hat er gepennt. Mhm. Das ist einer von denen. Der Clery ist hinten. Ich bleib erstmal auf der Männe. Ich bin kurz gestunt. Okay, ich hole mir Clery jetzt. Ich purge Mess im Zweifel. Ich bleib auf Clery. Clery klassiert, ist 50. Erster Instant. Erster Instant. Männe steht im Nest. Die Männe darf nicht äh 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 äh. Bleib stehen. Känner, ich würde mich antworten. Und, als würde mich nicht aufgezogen werden. Ich würde mich daran schauen, hat er auch nicht. Ich würde mich würde ungefähr sagen. Und, dass ist es nicht so. Ich würde mich nicht unter bersvenir, weil ich müsste das auch raus machen. Und, dass dann kommt ein Nickelodeon. Aber die Minute darf nicht all-äh-äh-äh-äh-äh-äh-äh-äh-äh-äh-äh-äh-äh-äh-äh-äh. Bleib stehen, oder? Nur das Pet. Ich hab's ja heilig, ich geh zur Minde zurück. Ich will jetzt nicht, dass die hier Leroyen kann. So, wenn das Pet das jetzt ausheilen kann, den der Wäschchen... Nein, hat's er nicht mehr. Hat er nicht? Ach so. Ach so, das ist die Chance. Woah.